Wir sind beim Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Der BVB hat bisher beide Spiele gewonnen, Nürnberg und Wielfeld. Der VfL Wolfsburg mit zwei Unentschieden. Und wir sind sehr gespannt, wie diese Partie hier sich entwickelt und ausgeht. Und der BVB die nächste Mannschaft mit der Möglichkeit, einen Perfect Saturday zu spielen. Den perfekten Samstag mit neun Punkten aus drei Spielen. Kufu sichert das Dortmunds Nummer 15. Da oben haben wir die Elf vom BVB. Jetzt ist gut zu sehen im Bild. Auf jeden Fall noch beachten, Ware Pakia, wer noch nie zugeschaut hat. Sehr, sehr auffälliger Spieler bei Borussia Dortmund bisher. Ragte da raus aus einer wirklich sehr, sehr guten Mannschaft bisher. Das ist Lloyd Kufu. Schön aufgedreht hier von Kevin Minnewitsch. Keiner der beiden Mannschaften konnte den VfL Cup bisher gewinnen. Beide standen jeweils einmal im Finale der VfL Wolfsburg. Noch gar nicht so lange her, 2016. Wir sehen jetzt die erste Chance hin für Wolfsburg und den ersten Treffer. Matteo Hecker trifft und jubelt. Da bekommt er den Ball. Wunderbare Mitnahme und dann super gemacht. Richtigen Tor platziert. Hier haben wir nochmal die Information. Freewaycup.de, den Stream, da sind sie drauf. Alle Infos zum Turnier natürlich, alle Mannschaftsvorstellungen und vor allen Dingen auch unseren Live-Score mit Tabellen, mit Ergebnissen, mit Torschützen. All das zu sehen. Freewaycup.de, das komplette Begleitprogramm für dieses Turnier. VfL im Angriff. Wolfsburg gewinnt den Ball, hat jetzt ein Überzahlspiel. Kann das, wenn sie es gut ausspielen. Machen aber Leon Klusmann im Tor der Borussen. Hat noch was dagegen. Hier wieder ein Ball. Leut Kufu zurück auf Klusmann. Da haben wir ein paar BVB-Fans eingefangen, die natürlich auch zahlreich in der Halle vertreten sind, denen das Ergebnis gerade nicht so schmeckt. Aber das alles kann sich ja noch ändern. Und sie hatten ja bereits zweimal Grund zum Jubeln hier in der Kreissporthalle in Lübbecke. Klusmann, Ball geblockt. Kufu in den Lauf. Bleibt er im Spiel, bleibt nicht. Klasse zurückgelegt jetzt, guter Schussversuch. Aber Niklas Wienold im Tor, der Wolfsburger, hat aufgepasst. Wieder gut behauptet da, klasse gemacht. Und die Bahn auch rübergelegt. Das war sensationell gut gespielt. Das ist einfach ein Spieler, wahre Parkier, der großen Spaß macht. Behauptet den Ball immer wieder auf engstem Raum, legt die Kugeln ab, setzt die Mitspieler ein. Nächster Ball gewinnt jetzt hier. Das ist wie der Parkier, der sich den Weg macht. Man verliert hier den Ball, aber hinterher machen wir genau da. Und dann der zweite Ballverlust. Und jetzt können die Wolfsburger hier frei aufs Tor zu gehen. Große Chance zum 2 zu 0. Er ist am Torwart schon vorbei. Kriegt es aber nicht jeden Bandenabpraller. Ball landet nochmal beim VfL. Abschlussversuch. Und dann ist Leon Klusmann da. In Östernot gerettet. Gute Möglichkeiten da. Moritz Hindermann war das. Eben mit dem zweiten Abschluss. Für die Wolfsburger. Ball wird es jetzt erst. Ah, die vier Sekunden waren um, deswegen Ballbesitz für den BVB. Auch hier wieder viel schwarz-gelb in der Halle zu sehen. Publikum nach wie vor hier. Nur wenn die Mühle spielen, dann sind sich alle einig. Da war noch ein Hardcore-Fan von der Südtribüne in die Kreissporthalle. Standesgemäß mit dem Bierchen. Oh, der wurde gehalten. Da darf man noch auf Foul entscheiden. Ich hätte sie da das nicht getan. Ich glaube schon, dass da ordentlich Geschwindigkeit aus dem Spiel herausgenommen wurde. Torwart jetzt wieder fliegend eingesetzt. Das Mann, die drei Spieler vorne hat. Machen wir das Spielfeld jetzt aber auch wieder sehr klein, weil der erste Spieler beim BVB schon sehr, sehr weit nach vorne geht. Dadurch sind die Punkte zwischen den zwei Aufbauern und den drei Spielern vorne. Das ist ein sehr kleiner Zwischenraum, wird sehr schmal. Und je schmaler das Feld, desto weniger Platz gibt es. Und dann ist es eben schwer, sich Chancen wirklich rauszustellen. Da geht es dann meistens über die Brechstange. Das war körperlich sehr stark gelöst von Wolfsburgs Verteidigern, um dann eine Chance zu vereiteln. Klasse mit der Hacke rumgelegt, aber BVB sehr aufmerksam. Und jetzt der Ball gewinnen. Was macht er draus? Er wartet, dass einer mitkommt, willst du mit der Banne spielen? Und dann war es dann nicht ganz elegant gelöst. Hatspien, Taki. Da ist Taki nochmal. Schließt jetzt ab und ist dann doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Weiterhin die 1-0-Führung. Dortmund kriegt so diesen Druck nicht richtig aufgebaut. Auf das Tor der Wolfsburger. Das ist Leut Kofur. Gut gemacht. Das war faulverdächtig und da gibt es auch den Freistoß. Sie mal schauen, unten am Bildrand in dem grauen Pulli, der Mann, der jetzt winkt, das bin ich. Und rechts daneben war eine neue Co-Kommentatorin. Die hält sich hier schon gute zwei, drei Minuten neben mir auf. Und hat jetzt gehört, dass ich sie erwähnt habe und ist schnell weg. Nein, da ist sie wieder. Also auch hier mit Unterstützung am Mikro. Das war eine Riesenchance. Das war klasse vereitelt von Niklas Wienold, der in den ersten beiden Spielen schon eine starke Leistung gezeigt hat. Insbesondere beim Spiel gegen Mainz 05 gegen die Mülis musste er noch nicht so ran. Nächster Abschlussversuch. Wienold kann den Ball nur abprallen, aber kommt mit dem Pranken noch ran. Sehr stark gemacht, sehr aufmerksam. Sehr, sehr gut. So, da müssen wir jetzt nochmal, ja, man sieht das ein bisschen hier vor mir, meine Co-Kommentatorin. Guckt mich mit großen Augen an, ist deswegen so nicht im Bild, aber zu zweit kommentiert sie es einfach einfacher. Deswegen, ja, schöne Grüße hier nochmal von meinem Platz, vom Kommentatorenplatz. Geschichten, die nur der Freeway Cup schreibt. Kufu wieder mit der nächsten Möglichkeit. Hand ist drauf. Das war gut gemacht. Das wäre jetzt mal die Möglichkeit für Wolfsburg gewesen, überhaupt mal wieder zu einem Torhübstuss zu kommen. Jetzt aber, weil er das richtig gut löst. Wolfsburg zum 18. Tom, Luca, Winter. Das ist der drittbeste Torschütze der Wolfsburger im Liga-Betrieb. Vier Saisontreffer hat er gemacht. Und jetzt das 2 zu 0. Also das ist nicht unverdient, weil Dortmund hat ganz, ganz häufig den Ball. Ist schon die spielbestimmende Mannschaft, kommt aber nicht so richtig zu Großstangen. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, der BVB hätte hier fünf, sechs große Möglichkeiten verhauen. Und es ist diese verrückte Konstellation hier im Turnier, dass der BVB zwei Spiele gewinnt. Jetzt verliert, genau wie das eben im Spiel davor war. Der VfL ist ja sieglos. Und jetzt klar auf Siegkurs. Und Sie warten natürlich auf die Schlusssirene. Sie wollen den ersten Dreier. Und Sie werden es verschmerzen können. Sie sind natürlich gefrustet. Die Jungs sind ehrgeizig. Sie wollen Spiele gewinnen. Und hatten sich das hier sicherlich etwas anders vorgestellt. Und das ist als erster Torwartor. Leon Klusmann im Turnier 1 zu 2. Und jetzt haben wir noch 53 Sekunden auf der Uhr. Das heißt noch alle Möglichkeiten. Hier sehen wir, es ist jetzt noch mal wunderbar eingefangen. Abgefälscht das Ding und deswegen keine Chance. Abgefälscht davon, Tom Luca Winter, den Torschütze von eben. Ballbesitz jetzt Wolfsburg. Wir haben noch 43 Sekunden offiziell auf der Uhr. Es ist ein Tor und Wolfsburg hätte sein drittes Unentschieden im dritten Spiel. Dafür müsste der BVB jetzt aber A den Ball bekommen und B noch treffen. Es trifft jemand, aber das ist nicht der BVB, sondern der von Wolfsburg. Und es ist wieder Tom Luca Winter. Zack, vollendet. 3-1, die Entscheidung. 27 Sekunden vor Ende. Wie gesagt, Uhr muss immer angehalten werden. Deswegen die leichte Differenz. Jetzt sind noch 20 Sekunden zu spielen. Ballbesitz nochmal VfL. VfL 15 sind noch auf der Uhr. Jetzt haben wir es eingefangen. Fünf Sekunden noch. Wir gratulieren dem VfL Wolfsburg zum ersten Sieg in diesem Turnier. Und Sie freuen sich jetzt auf die Highlights dieses Spiel. Vielen Spaß. Wir haben Katerin Schneider unterliegt mit 1 zu 3 im VfL Wolfsburg. Präsentiert von Autohaus Schmale. Musik Das war esial. Aber bei weibleren Tape. Bis zum nächsten Mal.